hallo ist martin von meinem bank ist das die dax analyse für nun dienstag den 11 7 2023 und unser dax keimt hier weiter auf und zeigt sich friedlich freundlich und entspannt erholt wir haben gestern darüber gesprochen dass unser dax verschiedene szenarien zur option hätte ich habe so ein bisschen durch die blume blicken lassen dass mir das liebste wäre wenn er noch mal unten schwung holt auf der 550 und dann anschließend über die 700 steigt weil er von dort dann eben auch im anschlusspotenzial hätte bis gut und gerne die 700 hatten wir schon am vortag und eben dann auch 900 das haben wir erst mal gesehen er sollte sich dann über 700 etablieren um weiterkommen zu müssen das ist noch nicht gelungen hat jetzt erstmal nur den schwung geholt steht aber relativ gut auch drin so dass ich schon denken würde dass wir am dienstag das zeug haben hier noch mal weiter hoch durch zu klackern muss allerdings festhalten dass die bewegung doch sehr träge rauskommt das könnte sogar eine verkeilung werden wenn er sich ein bisschen mühe gibt muss man ein bisschen aufpassen dass man nicht zu früh jetzt den schon abschreibt so nach dem motto kann jetzt nicht mehr fallen dafür kommt ein bisschen zu träge hoch aber short gehen würde ich auch nicht unbedingt weil ich fast der meinung bin dass man damit wahrscheinlich gar nicht so schlecht fährt denn ich würde schon erst mal erwarten dass die hoch etwas abverkaufen wenn denn welche kommen aber auch tiefs wieder hochgekauft werden also ich würde tatsächlich zum dienstag ähnliches verhalten wie am montag erwarten ja dass wir auf beiden seiten einfach ein bisschen hin und her schaukeln er sich tendenziell aber mit einem höheren hoch und einem höheren tief gegebenenfalls zeigt ja also irgendwie keine ahnung in der spanne hier die ich so mit der maus zeige dass er das einfach abarbeitet und hier quasi eine verkeilungsfortsetzung baut das wird in die situation glaube ich ganz gut reinpassen mich würde überraschen wenn er sich oberhalb von 57 per stundenschluss zeigt oberhalb von 760 per stundenschluss dann hätte nämlich das zeug hier noch in das gap reinzustoßen da haben wir die gibt kann dabei 8 65 und dann den gap close bei etwa 29 die beiden marken wären dann drin dann können eine übertreibung bringen und dann wäre nämlich auch aus der verkeilungslinie oben raus der würde den dann quasi negieren und sich eine erholungsfortsetzung form bleibt aber ich sag mal unter 57 67 dann lasst den ruhig ein bisschen rummeiern also da darf auch bis 6 20 600 davon locker zurück ohne dass da hier irgendwas passiert kritisch wäre ein neues tief unter dem montag unter 55 das würde nämlich wahrscheinlich sogar ein neues tief auch unter der woche noch mal mit sich bringen wahrscheinlich zieht das dann auch erstmal hoch hätte aber wenn wir das jetzt hier sehen als eine bewegungswelle dann hier jetzt eine erholung und dann jetzt hier ein neues tiefes brennt brandgefährlich dann kann nämlich auch noch richtigen also einen richtigen rattenschwanz nach unten nachziehen deswegen wäre für mich unterhalb von 550 nichts mehr mit long würde ich keine longs mehr suchen auch keine halten wollen und ja punkt ich denke das ist es so kann man es lassen irgendwie im bereich 600 57 67 wäre mein erwartungsspielraum für den dienstag ja mach mal was draus und dann gucken was draus gemacht hat unser lieber dax und dann hören wir uns fürs video die für die analyse zum nach ihr wisst was ich meine wir hören uns morgen wieder und besprechen den nächsten tag bis dahin tschüss